Dürfen Hamstermilch trinken? Hamsterbabys werden mit der Milch ihrer Mutter ernährt, bis sie entwöhnt sind, und viele Hamster trinken Milch, wenn sie ihnen angeboten wird. In Dürfen Hamstermilch trinken, gehen wir auf die Risiken ein, wenn du deinem Hamster einen Napf mit Milch gibst, und schlagen alternative Leckerbissen vor. Die niedlichen Hamster sind sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen sehr beliebt. Die süßen kleinen Gefährten gelten oft als gute Einstiegstiere für Kinder. Während das handelsübliche Hamsterfutter hauptsächlich aus Nüssen und Samen besteht, fressen Hamster in freier Wildbahn auch Fleisch und Gemüse. In freier Wildbahn ernähren sie sich von Körnern, Samen, Grünzeug und Insekten. Als Haustiere werden Hamster oft mit kommerziellem Ratten- und Mäusefutter gefüttert. Da Hamster keine strikten Vegetarier sind, ist es theoretisch logisch, dass sie Milch und Käse mögen könnten. Das Problem ist nur, dass das nicht sehr gut für sie ist. Milch ist zwar nicht giftig für Hamster, aber es gibt ernsthafte Risiken bei der Fütterung von Hamstern mit Milch, die Hamsterbesitzer kennen sollten. Risiken bei der Verfütterung von Milch an Hamster Auch wenn Kuh, Ziegen und sogar Sojamilch nicht unbedingt schädlich sind, kann es riskant sein, sie an deinen Hamster zu verfüttern. Es gibt zwei Hauptprobleme mit Milch im Käfig deines Hamsters. Milch verunreinigt den Käfig. Milch kann Durchfall verursachen. Hamster brauchen eine saubere, trockene Umgebung, um gesund zu bleiben. Milch ist feucht. Das heißt, wenn Milch im Hamsterkäfig verschüttet wird oder tropft, kann sie zu nasser Einstreu und Schimmel führen, was deinen Hamster krank machen kann. Milch ist außerdem ein perfekter Nährboden für Keime und verdirbt schnell, deshalb ist es keine gute Idee, Milch für Hamster zum Trinken bereitzustellen. Obwohl Babyhamster, wie andere Säugetierbabys auch, Milch trinken, verschwinden die Enzyme, die sie zur Verdauung der Milch produzieren, wenn sie erwachsen sind. Ebenso ist die Milch in deinem Kühlschrank wahrscheinlich Kuhmilch. Das ist gut für Kälber, aber viele andere Tiere bekommen Magenbeschwerden, wenn sie mit Kuhmilch gefüttert werden. Die Verfütterung von Milch an Hamster kann zu Durchfall führen, was bei kleinen Tieren schnell zur Dehydrierung führt und für Hamster tödlich sein kann. Anzeichen von Krankheiten bei Hamstern Wenn du deinem Hamster Milch gefüttert hast und dir Sorgen machst, dass er krank sein könnte, gibt es ein paar Dinge, auf die du achten solltest. Kranke Hamster können verschiedene Symptome zeigen. Gewichtsverlust Lethargie Raues Fell Gekrümmte Haltung Schwierige Atmung Verringertes Aktivitätsniveau Durchfall Verschmutzte Hinterbeine Gesunde Hamster sind aktiv und neugierig und ihr Fell und ihre Augen sind hell und glatt. Wenn du Veränderungen im Aussehen oder Verhalten deines Hamsters feststellst, rufe deinen Tierarzt an. Milch gehört für deinen Hamster nicht zur natürlichen Ernährung nach der Entwöhnung, Aber was ist mit Babyhemmstern? Es gibt drei Hauptgründe, warum du Hamsterbabys keine Milch füttern solltest. Hamstermilch unterscheidet sich stark von Kuhmilch oder Ziegenmilch. Wenn du verwaiste oder ausgesetzte Hamsterbabys hast, sprich mit deinem Tierarzt über die beste Milchformel für deine Babyhamster. Der Umgang mit Hamsterbabys kann die Hamstermutter so sehr stressen, dass sie ihre eigenen Babys aus Selbstverteidigung aufschlitzen könnte. Eine Ernährungsumstellung kann deine Hamsterbabys sehr krank machen. Aber dürfen Hamster Käse fressen? Immer wenn Milch in einer Diskussion über Nagetiere auftaucht, kommt auch Käse vor. Die beste Quelle für Informationen zur Hamstergesundheit ist dein Tierarzt, aber sehr kleine Bissen Käse sind für Hamster normalerweise unbedenklich. Das kann verwirrend sein. Käse wird aus Milch hergestellt. Warum sollte also das eine in Ordnung sein und das andere nicht? Technisch gesehen ist beides nicht völlig sicher für Hamster. Käse ist nicht so nass wie Milch, aber das Risiko bei der Fütterung von Käse oder anderen Milchprodukten ist nicht nur das Futter selbst, obwohl fettreiche Produkte wie Käse zu Fettleibigkeit führen können, sondern auch Schimmel. Hamster horten gerne Futter. Das bedeutet, dass ein Hamster, der ein Stück Käse in eine Ecke schmuggelt, es dort vielleicht verderben lässt, was ihn später krank machen könnte. Gehe auf Nummer sicher und biete Samen und sichere Nüsse als zusätzliche Proteinquelle anstelle von Milchprodukten an. Können Hamster Milch vertragen? Die meisten Hamster trinken Milch, die ihnen von Menschen gegeben wird, aber das Risiko, dass dein Hamster durch Kuhmilch krank wird, ist zu groß. Erwachsene Hamster brauchen überhaupt keine Milch in ihrer Ernährung, und Babyhamster sollten nur Muttermilch bekommen, bis sie entwöhnt sind. Anstatt ein potenziell riskantes Nahrungsmittel wie Milch an deinen Hamster zu verfüttern, solltest du ihn lieber mit einem gesunden Leckerli füttern, das natürlicher für seine Ernährung ist. Denk daran, dass Tierärzte empfehlen, nur gesunde Hamsterleckerlis wie Heu, Obst, Gemüse und Leckerlis aus dem Zoofachhandel zu füttern, die 10% der Gesamtnahrung deines Hamsters ausmachen, um Hamsterfettleibigkeit zu vermeiden. , das stimmt. Vielen Dank.